Hallo! Da mich so viele immer fragen, wie ich mir meine Haare mache, habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach ein Video und zeige es euch. Und ja, es geht jetzt gleich los. Ich hoffe, es gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.